So Leute, weiter geht's mit Karte. Es ist nicht eine Karteübung, auch wenn man die schnell genug ausführt und sich richtig viel Mühe gibt. Dann pumpt das Herzchen auch, und zwar Climbers. Ihr geht in den Liegestütz und jetzt springt ihr mal abwechselnd hier hin und her. Ihr versucht je nachdem die flexibler Zeit euren Fuß neben die Hand aufzusetzen, um das dynamisch zu wechseln. Und ihr habt die relativ zügig durchzuarbeiten, die Geschichte. Auch so, ich sag mal, um die 30, je nachdem wie fit ihr seid. Dann direkt ran, dann machen wir so etwas wie Skifahren. Das heißt, ihr nehmt eine Türklinke oder habt ihr das Glas von der Heizung kaputt. Wenn ihr Hilfe braucht, dann haben wir gern Bescheid, dann haben wir das. Dann stellt euch hin, je höher das Band ist, desto besser. Guckt, dass es nicht wegschnipsen kann, sonst macht ihr es dran. Und dann hier rein. Und dann zieht ihr einfach aus dem Rücken mit fast gestreckten Armen gleichmäßig hier durch. Als wenn ihr rund um so eine Skistöcke bewegt. Ihr könnt auch die Füße zusammen machen, wenn euch das einfacher fällt. Und dann auch so 30 für die ganz fitten, 50 Wiederholungen. Dann macht ihr wieder ein Päuschen bis zu einer Minute. Und davon zieht ihr 5 bis 15 Minuten durch. Sportfrei, bis gleich. Und dann. Und dann. Und dann.